einmal königlich schlaf meine schenke steht an offenheitlich und fertig welchem akt sind wir doch mal fünf kapitel 6 und 7 müssten wir da die ein bisschen fest ja party ist zusammen und wieder rein ich habe vergessen wieder hier braucht schleuderkugel wie sieht es bei dir mit pfeilen aus was wieder einen ansehnlichen vorrat an feuerpfeilen wir waren schon gedacht gegen die ankext die feuerpfeile zu benutzen unter meiner hörte das ist gut wir brauchen schleuderkugel wieso ist sie schon voll ach so weg mit dir das dahin denke wir schon mal die schleuderkugel da reinstecken das geschäft geht in letzter zeit äußerst schlecht ja wegen dem eisenproblem oder steuerkugel sind weiter oben gewesen noch einmal so gut du hast glaube ich noch die da du hast jede steine nicht mehr du hast doch das magie bann was wir verkaufen können das können nämlich im notfall so viele sprechen magie bann naja ich wollte hier ja das hier wegnehmen oder immer magie bann noch mit reinstecken was wollt ihr gut jetzt können wir viermal magie bannen ich hoffe das reicht ich bin ganz ohren dann brauchen wir das nicht als schriftrolle gut aber ich denke mal ich gebe düner hier den feuerpfeil zauber mal da rein dass sie bei der nächsten angeht gruppe einfach mal raus ballert und dann gehen wir jetzt in diese angeht und ja das kann sich jeder denken dass das eine angeht hallo du da ja die festung hier der freundliche arm ist gut bewacht mit dem ballisten da oben das ist wirklich schon der richtige fest und das ding gut zurück zu den achthakes so wir müssen aber grad aus nach oben laufen gut um die achthake hülle zu erreichen das tun wir einfach mal als seltsamen vorfall ab ok liegen die angekommen zwar doch hier um die die wir getötet haben man sieht die die spornen sehr schnell aber hey wie gesagt wir können jederzeit uns neue akik panzer hier besorgen wenn wir geld machen müssen so wird war gut ist erst mal hier rein und auch schon gleich automatisch ist hause feind gesichtet weil sich da ein aktiv verbirgt ich glaube hier kommen keine angst gruppen sondern nur einzelne angst ich hoffe jedenfalls mal hallo und ich weiß nicht ob sie hier unten ist von neu kommen wenn ich schlafe wenn niemand besser geeignet ist kann sich vorher das geschneide von denen schlafen ja das gibt ziemlich ziemlich gut punkte für das nächste level ab wenn sie jetzt hat schon 32.000 vorher war es 27.500 glaube ich karlit hat bald level ab bei mit sieht es auch ziemlich gut aus ja hier kriegt bei dir level ab für den druiden nur noch 1800 doch 3600 noch die mollen sieht okay aus die da hier hat ja gerade ihr level ab gehabt so gut gehen wir uns weiter umschauen ich höre schon mal wieder ein angek ich sehe ein angek jedenfalls die flüge von ihm und ja das ist garstige flüge ja nichts leichter als das so ich würde gerade da aufdecken kann ich aber irgendwie nicht okay kleines bisschen verpackt und noch eine an cake hier geht mal etwas zurück und ich wüsste was ich hier nehmen könnte das verringert nur die geschick die geschicklichkeit und die konstitution okay mit das liebsten wenn wir die höhle geklärt haben und dann sammelst du mit den sieben meilen stiefel alle panzer hier unten ein das dürfte dann okay sein dann haben wir genug panzer die wir irgendwo zwischen lagern können also ich wenigstens die panzer aus der höhle alle ich denke mal mit dem leib stiefel hat er das schnell gemacht ich tue mein bestes und mit dem 25 ertrag eigentlich habe ich mir gerade den tag für das hier aufgehoben würde so da ist ein anklick hier 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 auf die augen wo hier so so und kann jetzt mal wieder nicht so gut aus g ja gut kathrin schmuck ein was muss ich beinahe unter meinen Äh, da oben ist ein Ankeg. Ein Ankeg, der rumspackt. So. Stirb einfach. Warum schmacken da Heck? Und ja, hier oben müssen wir noch ganz gut umschauen. Nur, ich kann nicht hat Level ab. Eine Stufe höher. Drei Punkt, dann hat er große Schwerterstufe. Und jetzt hat er zwei Angriffe pro Runde, das ist sehr nice. So. So. Ja, nichts leichter als das. Okay. Hier ist nichts mehr. Hier ist auch nichts mehr. Wir haben da einen Ankeg, da einen Ankeg, da einen, da hinten einen und oben beim Ausgang haben wir auch noch einen. Okay, sind bis jetzt fünf oder sechs Ankeg-Panzer. Ich glaube aber nicht, dass das schon alle waren. Genau. Für die Gefallenen! Oh, ein Schatzhort. Ankeg zusammen Schütze zusammen. Ich tue mein Bestes. Geben gute Erfahrungspunkte. Es soll sich einer unter meiner Würde. Ich schau wieder tausend Erfahrungspunkte mehr. Für Talisa. Wie viel braucht sie jetzt noch rund? 22.000. Oh, noch ein Anblick. Au. Ich fürchte, ich, ihr habt eine, wie ihr wünscht. Das. Ah, hau. Das ist nicht so gut. So ist es besser. War nichts leichter als das. Haben wir jetzt die Mist alle, hoffe ich mal. Ja, beinahe unter meiner Würde. Ah, hilfbar sie heilen. Eure Dienerin steht zu euren Diensten. So. Was wollt ihr? Dann schieben wir noch sicherheitshalber die beiden Heilungen hinterher. Was? Gut. Äh, ja. Ja, aber wenn niemand besser geeignet ist. Äh, nein, den kannst du... Dann bist du... Kann sich nicht bewegen, genau. Schwerfällig gibt es ja in dem Teil noch nicht. Das gibt es ja aus den späteren Spielen schwerfällig. Das muss sein, dass man sich langsam bewegt. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass das der letzte Ankick war. Nein, wache nicht. Meine Klinge hat euch zurechtstutzen. Lieb mir rauf die Augen. Ja, nicht so gut wie erledigt. Meine Klinge hat euch zurechtstutzen. Ja, hier gehen wir hier einmal aus dem Weg. So. Achso, du hast die Edelspeine, die Imoin vorhin gesagt hat. Die hattest du die ganze Zeit. Kann ich euch behilflich sein? So. Okay. Und ich habe noch die Ankick-Panzer von draußen. Was? Das müsste jetzt aber der letzte Ankick gewesen sein. Hoffe ich mal. Quick-Safe-Sicherheitshalber. Dann kriegt Winsk jetzt die sieben Meilenstiefel. Wo sind die jetzt wieder alle verstreut? Ach da. Kriegt Winsk jetzt die sieben Meilenstiefel. Und damit kann er rumrasen. Und trinkt den mal. Stärke für 20. Jo. Und jetzt kann er Ankick-Panzer sich rumschneppen. Äh, nein. Ankick-Panzer. Und zwar für 24 Stunden kann er jetzt zig Ankick-Panzer tragen. Und so viele sacken wir doch auch einfach nur ein. Hier. Dafür ist sein Leben ziemlich stark gesunken. Nichts. Juh.